Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, hier ist wieder euer Nutoka aufs Brot und wir spielen hier mit dem guten Kinnzüpfel, Sky's so late. Du, ich hau dich mit Bell Pepper Seat. Alter, geh, ich töte dich. Ich trau mich nicht, du verlierst bestimmt Leben. Ich muss mal was essen. Ja, ess mal was. Jallo. So, was wollte ich machen? Ah ja, sind wir uns in der Gegend rumlaufen, das läuft ja schon mal gut. So, ich wollte schnell mal gucken, wie ich Upgrade für, oh, hab ich sogar schon auf, für die Mine Factory Reloaded. Maschinen machen kann. Putsch! Also, was brauchen wir denn? Radios increased by one. Ich versuche nochmal den Highway to Hell zu finden. Ich mache mir erst einen Slash Hammer, damit ich überhaupt weiß, was da Sache ist. Slash Hammer! Kennst du auch noch? Klar. Beste Serie ever. Eine der besten. Beste Serie ever, Alter. Alter, Alter, was geht? Ah, das ist einfach. Nur drei Plastik und zwei Sticks. Gut, Plastik kann hier irgendwo. Äh, Plastik, Plastik, Plastik ist glaube ich vor der, ähm, Dingsbums. Ähm, fuck, was wollte ich sagen? Ähm, vor der Kiste im Nether. Genau, das wollte ich sagen. Ah, hast du es bei dir gehabt und abgelegt? Richtig, das ist gut möglich. Ah, okay. Ah, hier steht es auch, hier steht es auch groß. X, Z, Y. Warum? Ich habe keine Ahnung. Das ist durch der Fehler, den ich in der letzten Folge gemacht habe. Done. Ähm, ja. Ich nehme mal, ich packe mal das Aluminium und das Gold. Dahin, wo es gehört, ne? Ja, ja. Ich nehme dir mal sozusagen die Sachen weg. Den Dust werde ich auch sieben. Another one bites Dust. Ich bin ein bisschen geneigt, den Fortune Hammer rauszunehmen. Boah, den Hammer raus. Nein, 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 nein. Ist ja deiner. Ja. Und sie schläft. Ich gehe mal mitschlafen. Nein! Warum nicht? Im Nether darf man nicht schlafen. Ich aber. Ich aber. Ich aber. Ah, leck. Leck mich am Arsch. Schlafen bitte. Baut euch mal ein zweites Bett. Oh, oh. Ich höre was, ich höre was. Schlafen bitte. Ich höre einen Gast. Okay. Sehr gut. Ja, Gäste soll man immer gut behandeln. Du bist doch gastfreundlich, oder nicht? Nein. Ich habe übrigens eine nette Sache über den Gast herausgefunden, beziehungsweise gehört. Und zwar, dass die Geräusche vom Gast von Notts Katze sind. Echt? Ja. Wie sie schnarcht, oder was? Ja, keine Ahnung, wie er die Katze dazu bekommen hat, die Geräusche zu machen. Aber die sind anscheinend von seiner Katze. Hm, ist ja witzig. Du kannst übrigens das Quest normalerweise abgeben mit Visit the Netta. Oh, echt? Hast du fertig? Ja. Ja. Ich bin stolz auf dich. Ohne Scheiß. Es ist gar nicht so weit weg. So, wie komme ich jetzt wieder ins Portal? Oh, ich habe so einen Schiss, dass gleich irgendwo hinter einer Ecke ein Mannbärschwein steht. Ohne Quest mit unclaimed Rewards. Ach, das ist ja sowieso. Oh. Ich muss ja sowieso ein Tint-Upgrade machen. Und ein Sledgehammer, ist ja praktisch. Ähm, Moment. Never, never, never. Never again. We must go deeper once. Never again ist es. Nee, Highway to Hell. Eigentlich. Highway to Hell. Highway to Hell. Unlocked one Quest. Ja, Unlocked. Ja, Claiming Road. Wunderbar. Full Heart. Aber erst gucken, ob es wirklich ein Full Heart ist. Da gibt es echt ein Ganzes? Cool. Moment, ich gucke mal. Ja, ist auch kein Verrottetes. Ja gut, das ist ja zufällig, ob da so ein Verrottetes ist, was rauskommt oder nicht. Okay, dann haben wir jetzt ja gleich 20 Leben mehr. Success. Und wir haben noch ein Unclaimed Reward. Ah ja, okay, der Slutsch-Boiler ist ja fällig. Hab ich da? Aber ich habe da nicht. Ender Lily Seeds. Die klingen cool. Ich hole mir die Ender Lily Seeds. Die habe ich, glaube ich, auch. Wir sind Idioten. Full Heart. Jam, 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 jam. Plastik. Willst du auch ein Slideschimmer, dann kannst du sehen, wie es... Ach, brauchst du eigentlich nicht, ne? Baumfarben mache ich. So, dann schauen wir mal, wie es darum bestellt ist. Big Ten? Und noch ein Herbst. Ich brauche wirklich nur ein Tin-Upgrade, denn es ist alles gut. Alter, wie viel Prozent haben wir jetzt? Es ist komisch angeordnet. Wir haben 86% von Learning to Sky Block. Sehr geil. Du musst sowieso Upgrades machen, ne? Tin-Upgrade. Sehe ich gerade. Ja. Cool. Dann werde ich mich... Warum geht er jetzt nicht an? Warum? Ach, weil er... Ah, ja, er behält die letzten... Saps. Gut. Tin-Upgrade. Du hast hier ein Riesenloch... Du hast hier ein Riesenloch... Du hast hier ein Riesenloch... ...wünscht fast reingefallen. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Ja, aber das ist doch das Keller zum... Das Kellerloch. Da wollte ich doch... Da wollte ich doch eventuell noch eine zweite Baumfarm machen. Das ist doch das Kellerloch. Wir brauchen noch keine zwei. Dödel. Ne, ne, ne. Oh, ich habe ja schon wieder Erde. Oh, ich habe schon wieder über 100. Wie viel? Schon wieder über 100? Ja, guck in die Kiste hier. Ja, ich kann gerade nicht. Ich bin eine Plattform am Bauen. Zwei Stacks und 34 oder irgendwas. Ja, also Erde ist auch kein Problem mehr. Sehr gut. Tin-Upgrade. Tin-Tin-Tin-Tin-Tin. Rin-Tin-Tin. Tin-Tin-Tin. Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin-Tin. Eigentlich brauchen wir gar kein Tin-Upgrade, aber wir brauchen es ja für die Quests. Ja. Was wolltest du denn sonst für ein Upgrade machen? ich hätte sonst lapis lazuli hätte gereicht ist brauche ich das haben wir nicht viel aber ist auch egal weil 10 haben wir auch und du kannst in unsere autosieber kiste übrigens mal was nachfüllen wenn du bock hast ja ich bin gleich ein bisschen das dreien aber vorher wollte ich noch mal zweimal das abgabe ich gehe jetzt brauche ich dafür haben wir nur noch ein oder was haben wir noch was in der schmelze warum kriegt unser polarizer keine energie weil er war alles nämlich ja war alles was sagt der kursche bill der kursche bill sagt er ist echt auf anschlag mit lava er gibt immer lava ab power output 0 der magnetik den namen hat auch keine lava ja siehst du das problem muss noch einen zweiten kursche bill bauen abgefahren aber noch nicht zu viele ich habe bei meiner single player map gemerkt dass es irgendwie auf den latenz geht irgendwie so ein bisschen wenn man dann so besser auf die latenz als auf die potenz aber was wir auch probieren könnten da muss ich aber nachher mal im quest book weiter lesen sind geguckt ich voll idiot da muss ich nachher im quest book mal lesen es gibt noch eine möglichkeit dass die lava schneller schmilzt ich meine wenn wir unter den crucible netherrack machen und das anzünden geht es schneller als wenn wir lava drunter haben dann müsste ich aber wie gesagt gleich mal nachlesen erstmal baue ich jetzt meine meine platte form aus wirklich nichts anzünden wir haben kein zinn ja warte ich wollte mir soldaten machen ja doch wir haben hier ein ganzes deck naja geht doch du weißt du weißt schon wie man sind wie man metallerisch verarbeitet damit man das maximum rausholt nicht genau ich habe jetzt 16 tin or gravel was mache ich damit mit einem hammer klein hauen und mit dem polverisierten kram mache ich zusammen setzen nein zusammensetzen damit du was kommt dann aus dass dann kommt das raus und mit diesem das kannst du dann die kannst du noch mal zusammen setzen und da habe ich sand ja und das machst du dann in die schmelze ja mache ich ja immer so alles klar nee kein sand sondern das das nee das kommt sand nach das nee wäre irgendwie unloch sand ist am ende komisch am ende okay ich habe auch gefragt warum und wieso und weshalb das hier wird voll die große plattform verdammt gut dann will ich das zinn mal zerkloppen ja da wollte ich doch jetzt kloppen einfach nach oben das kostet immer futter und dauert auch länger als ob wir futter probleme hätten jetzt klaut er mir natürlich mein zinn nein da stehst du neben mir dann guck mal hoch standst du nicht neben mir ach ne also ja neben mir dann habe ich dir deinen dust geklaut anschein ein bisschen in der höhe versetzt ich mache keinen dust ich mache limestone okay auch gut so jetzt habe ich kraschend hin und jetzt bin ich will das noch gefallen aus alles da so ab in die schmelze mit dir und dann zack 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 ziemlich schön ist bestimmt noch ganz viel zinn drin ist sind drin ja doch jetzt mal besser vorher reingeguckt da ist auch noch aluminium drin haben wir haben so viel elektrum ja das ist weil es silber drin war und nicht gold schmelzen wollte ich glaube ja das kannst du aber auch mal zu einem blog machen falls wir noch mal obwohl jetzt wo es elektrum ist ist eigentlich egal aber wir müssen halt aufpassen dass wir nicht zu viel mischen weil sonst kriegen wir halt nicht die sachen raus die wir eigentlich haben möchten ja dann müssen wir uns mal an die schmelze setzen und die mal der machen ja es geht eigentlich flott wenn wir wirklich da blöcke draus machen so jetzt habe ich hier ein zweites mal machen auch so sinn war sinn wieso 15 wieso was los dann was los oh nein ist schon vorbei was es war ein lag ich dachte gerade er hat gerade kein zinn mehr auf lager aber das kann eigentlich sein dann doch noch nach so 17.000 dann kann ich bestimmt noch einen blog draus machen und dann ist zinn auch leer das soll super weise musst du doch nicht gut jetzt ach so das ist gerade geschmolzen worden deswegen steht da jetzt mehr na gut dann ja das dauert relativ lang aber es holt halt einfach das meiste raus es geht schneller als wie im ofen naja okay der gesamtprozess dauert länger als einmal im ofen schmelzen natürlich aber dafür kannst du alles gleichzeitig schmelzen ja gut okay das hatte ich jetzt nicht berücksichtigt nee das ist der ofen ich brauche den table so dann war das zinn oben und ich brauche noch gold und ich brauche noch redstone vier stück hatte ich dir nicht geklaut ich habe glaube ich noch redstone in einem du hast du hast sie mir geklaut ja aber darfst du auch du darfst und gerne schlafen gehen es ist schon nacht ja die darkness kommt hey moment schlaf ich alleine wäre möglich schnarch 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 ich bin ein monarch ach diese wortspiele kommt jetzt keiner pennen das kameradenschweine muss ich jetzt echt kommen schnarch ja sehr sozial na gut wenn sie das nächste mal fragen die haben hier nur ein bett der nutoka ging durch mich durch mich durch dreh dich nicht um der nutoka der geht um oh ein krepper magst du krepp papier papier lecker krepp was war denn gleich in der mitte hast du noch fackeln zufälligerweise von der menschen wir müssen hier die neue plattform von mir noch ausleuchtem bevor das nächste mal nacht wird dumm 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 ah ach ja raw plastics genau crash tito hab ich auch noch dabei so ein mist kommt gleich weg boah das hier das dauert ja zweimal upgrade das weg das weg das weg das weg das weg das weg das weg. Plastik packe ich jetzt da mit rein. Ich finde das passt. BAM 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 BAM. Alles kurz und klein mit meinem schönen Hammerlein. Der ist aus Diamentos. Plastik-Sheets. Okay, aber in der Dreckkiste. Aber wenn du da drin bist, kannst du ein paar Fackeln mitstellen? Ich will gucken mal, ob ich noch welche habe. Ich weiß nicht, ob wir noch Kohle haben. Kohle, 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 Kohle. Ich muss dann erst zum... Warte, ich mach dir welche. Kein Problem. Das wollte ich doch ja. Zin, Silvers, Maragde. Wir haben keine Kohle mehr. Wir müssen mal wieder Gravel sieben. Aber wir können doch auch einfach Holzkohle machen. Ist doch auch okay. Ich guck mal, ob wir überhaupt Holz haben. Ich glaube, der Dynamo, der frisst ganz schön viel Holz. Wir haben nämlich null Holz. Der frisst alles an Holz auf. Hat er jedenfalls jetzt. Wahrscheinlich, weil hier so lange nichts los war. Ja, das heißt, wofür mich? Ich muss den Dschungelbaum da wegnehmen. Bitte? Ja, ich gehe mal... Da ist noch Hölzer. Die kann ich zum Hochgehenden nutzen. Ja, komm, dann kommt er jetzt weg. Dann kommt er Limestone rein. Den brauchen wir jetzt ja eigentlich nicht mehr den Dschungelbaum. Bitte? Bitte? So. Äh, nicht. Komm. Ruhig. Brauna, ruhig. Jetzt hab ich kein Flint dabei. Hoffentlich reicht die Headshot noch. Ah, bist du doof. Mach doch Auto Repair drauf. Äh, wie? Kann ich selber machen? Klar. Brauchst nur, äh, acht Cobblestone, ein Eimer Wasser. Beziehungsweise, ne, 16 Cobblestone und zwei Eimer Wasser. Und das mach ich dann mit, äh, Tinkas oder was? Hm, ja. Ah, das musst du mir nochmal bei Gelegenheit erklären. Okay. Außerhalb der Aufnahme. Wie kann ich denn einen Blutaltar abbauen? Hm, der Hunt? Nö. So, da sind keine... Da ist noch Holz. Das muss weg. Glaub mir da Pickaxe. Haben wir nicht noch eine anständige Pickaxe irgendwo? Pickaxe line. Piki, Piki, Piki. Mach dir doch eine aus Obsidian. Ach, nö. Das dauert wieder so lang. Aber die haben Mining Speed 7. Ja, aber ist doch egal. Braucht doch keiner. Was hat die hier? Mining Speed... Mining Level Stone. Nein, reicht auch nicht. Bitte halt durch. Kannst du doch reparieren auch. Ja, aber ich will nicht laufen. Mining Speed Stone. Verdammt, wir haben echt nur Pickaxes, die Mining Speed Stone haben. Was ein Scheiß. Hm. Wie viele Diamanten haben wir? 4. Das ist nicht 4. Willst du das mit Diamanten-Axt machen, oder was? Nee, aber ich wollte wenigstens mal gucken. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das müsste erstmal reichen. Sticks, so wir haben ein paar. Ich wollte die Upgrades einbauen. Und dann muss ich noch gucken, ob wir noch ein paar Oak Saplings haben. Warum sprichst du so seltsam? Weil ich irgendwie, äh, Probleme anscheinend habe. So... Problemen? Und da sind noch... Hast du noch... Hast du noch Tin drin? Yeah, du hast noch Tin drin. Ja, ich hab' ja grad gemacht. Sehr gut. Mach' mir mal ne Pickaxe aus Tin. Schubidubidu. 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 Komm her. Komm her. Schubidubidu. Hallo. Ich soll kommen? Nein. Achso. Warum kommt da kein Tin raus? Tin. Also der Steam Dynamo arbeitet ja noch. Der hat auch Oakwood. Okay. Da sind noch 5 Saplings. So, dann haben wir 6 Saplings. Und dann muss ich gucken, dass der aus ist. Wie sehe ich denn, ob der aus ist? Komm schon. Achso, ja, wenn er nicht arbeitet. Gut, ähm... Ja. Ah, ich hab' ne andere Ideen. Gut, er arbeitet nicht. 6 Saplings rein. Upgrade rein. Harvester upgraden. Da. So, ich hoffe, das Upgrade wird auch gehen, wenn ich... Hä? Achso, das ist ja falscher Hammer. Okay. Jo. Jo. Also theoretisch könnten wir das, äh... Feld jetzt noch, ähm, um... Um einiges erweitern. Müssen wir aber nicht. Das... Das heißt? Also das, ähm, Holzfeld hier. Ja, guck erstmal, dass es anständig läuft und dann gucken wir, ob's reicht. Läuft nicht. Aber... Doch, 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 er pflanzt. Alles klar. Gut, und ich gieße, damit wir mal an Holz und Saplings kommen. Ah, warte, ich muss ja noch einstellen. Sheer Leaves. No, äh... Sheer Leaves. No. Alles klar. Hab' ich letztes Mal schon ausgeschaltet, weil ich die Vermutung hatte. So, ernten bitte. Schneller. Schneller ernten. Danke. Und dann sorg' ich mal dafür, dass er ordentlich Saplings bekommt. Oh, wir sind schon wieder bei zwanzieinhalb Minuten. Wie war das noch? Haben wir das schon so eingerichtet, dass er die Saplings direkt an den Planter schickt? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht? Ne. Mist. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Da kann ich über die Pipe ran, oder nicht? Bluuu. Ah, das ist aber nicht gut. Dann muss ich ja... Achso, dann muss ich da den Saplings auf die Blacklist setzen. Okay. Ne, da ist ja ein... Die Leaves sind ja schon auf der Whitelist. Lässt er ja nur die Leaves durch. Alles da, dann funktioniert das sogar. Obwohl... Der geht ja... Doch, der geht da. Der geht! Der geht da. Dann muss ich mal von unten gucken. Habe ich noch Item Ducts? Nein, 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 nein. Hast du noch Item Ducts? Mh, wenn dann unten in der Technik-Kiste, glaube ich. Ah, ich glaube da sind wirklich welche. Ja, da gucke ich doch mal schnell. Aber wir haben nur noch eine Minute, also... Nein, schon wieder, schon wieder zu Ende. Ja, ja, ja... Alles hat dein Ende noch die Wurst. Zwei. Igitt. Echt nicht. Vier Stück. Ich guck mal, ob die reichen. Ähm, ja, soll ich abmodden oder was? Äh, ne, ich kann auch. Ich wollte nur Bescheid sagen. Okay, hau rein. Also, Freunde der Nacht und Freunde von mir und Gimsi... Ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Äh, danke, dass ihr reingeschaut habt. Schon wieder, ich glaub das nicht. Lasst doch einfach einen Daumen hoch da. Oder, äh, schreibt was Nettes in die Kommentare. Könnt ihr uns auch gerne noch Tipps geben, wenn ihr irgendwie seht. Das und das kann man verbessern. Wir freuen uns drüber. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Danke schön, macht's gut. Tschüss.